Und damit begrüßen wir in der Honigwabe den wohl hochkarätigsten Gast, den wir jemals hatten. Herzlich willkommen bei uns, Björn Höcke, Chef der AfD in Thüringen. Ich freue mich, dabei zu sein. Einen guten Abend noch von meiner Seite. Ja, ich denke, ich spreche im Namen von uns allen, wenn ich sage willkommen. Ja, hoher Besuch heute in der Honigwabe und ich denke, wir beginnen dann direkt mit der ersten Frage mal. Wie ist Ihr Sicherheitsgefühl, wenn Sie auf Wahlkampf gehen? Vielleicht in Thüringen, deutschlandweit, nehmen Sie da Unterschiede wahr? Wie ist das bei Ihren Kollegen? Gibt es da Einschnitte im Privatleben? Wie nehmen Sie die allgemeine Situation wahr? Sehr angespannt, sehr polarisiert und zwar nicht von unserer Seite aus polarisiert, sondern vom Establishment polarisiert. Wir haben ja gerade vor kurzem dieses Skandalurteil gehört im Zusammenhang mit der sogenannten Hammerbande, wo der Richter diesen Linksterroristen ja noch ehrenwerte Motive unterstellt hat. Unser Rechtsstaat bzw. so ein rechtsstaatliches Empfinden ist jedenfalls in großen Teilen der herrschenden Klasse offenkundig in Schieflage geraten. Und solche Urteile machen ja auch was oder solche Analysen wie nach Sonnenberg, wo die Vereinigten etablierten Medien ja nun Hass und Hetze ausgesprüht haben. Die aktivieren ja gerade dann dieses Vorfeld, dieses linksextreme Vorfeld, das sowieso schon gewaltaffin ist, noch härter durchzugreifen. Die Demokratie gegen die Nazis zu verteidigen, so wird Ihnen ja suggeriert. Und dann muss man tatsächlich mit allem rechnen. Ich habe vor kurzem gerade gehört, dass wieder ein kleiner Anschlag auf mein Wahlkreisbüro stattgefunden hat. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, dann spüre ich schon, dass bei aller Zustimmung und bei aller steigenden Zustimmung, die mir genauso entgegengebracht wird, natürlich dann auch die Gegenseite umso aggressiver ihre Position darstellt. Und dann leider aber auch in nicht sehr demokratieaffiner Art und Weise. Also das wird alles noch sehr, sehr spannend und sportlich. Als Oppositionspolitiker muss ich das so einordnen, gerade im Hinblick auf die jetzt für unsere Parteien, vielleicht für das ganze Land wirklich als historisch einzuschätzenden Ostwahlen im September 2024. Eine Zahl hat mich besonders beeindruckt, und zwar die Aufklärungsquote bei Gewaltdelikten von rechts und links. Da hatten wir bei rechts eine Quote von 85 Prozent und bei links eine Quote von 31 Prozent, also bei politisch motivierter Gewalt. Meine Frage ist, worauf würden Sie diesen Unterschied zurückführen? Sprich, sind es nur die Mittel, die den zuständigen Behörden von der Politik zugestanden werden, das gilt? Oder liegt es möglicherweise auch schon an Sympathisanten in hohen Stellen gewisser Behörden, so wie der Staatsanwaltschaft oder der Polizei? Ich will da kurz verweisen auf die politische Neuausrichtung der Berliner Polizei, die es vor ein paar Jahren gab, wozu das grüne Regierungsmitglied Benedikt Lux dann aus Berlin sagte, wir haben die gesamte Führung fast aller Berliner Sicherheitsbehörden ausgetauscht und dort ziemlich gute Leute reingebracht. Bei der Feuerwehr, der Polizei, der Generalstaatsanwaltschaft und auch beim Verfassungsschutz. Ich hoffe sehr, dass sich das in Zukunft bemerkbar macht. Das wirkt ja fast wie ein offenes Aussprechen davon, dass so eine Unterwanderung stattfinden würde. Also was sehen Sie da ausschlaggebend? Ja, also die Indizienlage ist gerade, was den sogenannten Verfassungsschutz angeht, schon als verdichtet zu bezeichnen. Das heißt, wir können fast schon systematisch nachweisen, dass es Zuarbeit aus dem Nix-System-Vorfeld gibt. Sogar was die Verfassungsschutzberichte angeht, also die gesamte Sprache, die der sogenannte Verfassungsschutz mittlerweile verwendet. Das ist Antifa-Sprech oder es gibt zentrale Begrifflichkeiten, die in diesen Berichten auftauchen. Von daher muss man eben auch auf Zuträger oder mit Zuträgern rechnen. Das ist das eine. Also wir können von einer systematischen Unterwanderung der Behörden ausgehen. Natürlich ist der Zeitgeist auch über die Juristenausbildung hinweggegangen. Ob das jetzt die Staatsanwaltschaften sind oder die Richterkollegien sind, dort sind mittlerweile eben auch Staatsdiener tätig, die schon im rot-grünen Milieu der Universitäten ihre Ausbildung genossen haben und mit diesem Zeitgeist in Kontakt getreten sind, den auch aufgenommen haben und den natürlich dann auch rechtsbildend einsetzen. Und zu guter Letzt, ja, die Polizei ist ein ausführendes Organ. Ich war jetzt vor kurzem in Würzburg vor einigen Tagen am letzten Sonntag, um dort den drei getöteten Frauen zu gedenken, die vor zwei Jahren von einem somalischen Asylbewerber ermordet worden sind mit einem Messer. Und wir haben dort eine Trauerkundgebung angemeldet und sind dort letztlich von einer unangemeldeten Demonstration aus Linksextremisten blockiert worden. Aus dieser Demonstration wurden Eier geworfen. Es wurden Straftaten vollbracht, aber die bayerische Polizei sah sich nicht in der Lage, unser Recht auf Demonstrationen durchzusetzen. Und mir ist auch nicht bekannt, dass Straftaten, die erfolgt sind von der bayerischen Polizei, von der Würzburger Polizei im Nachgang, erfolgt worden wären. Also der Tatermittlungswille ist reduziert. Ich will das nicht dem einfachen Beamten auf der Straße in die Schuhe schieben. Das ist die Polizeiführung, die natürlich politisch ist und die ihre Karriere nicht gefährden will. Und die natürlich, was heißt natürlich, die leider dem Zeitgeist und den Augenblick herrschenden auch Gewehr bei Fuß steht und sich ihnen andient. Und so ist das als ein weiterer Baustein dieses schlechten Zustandes zu erklären. Herr Kubitschek aus Schnellrode hat neulich ein, finde ich, relativ interessantes Video veröffentlicht, in dem er zu Bedenken gegeben hat, dass bei all den Erfolgen, die zurzeit erreicht werden, also 20 Prozent in den Umfragen, im Osten sogar jenseits der 30 Prozent, das mit unparlamentarischen Gegenmaßnahmen zu rechnen ist. Also, dass die Gegenmaßnahmen gegen die AfD durchaus auch die Ebene des normalpolitischen, des normalen Parteienwettkampfs verlassen könnten und vielleicht geheimdienstliche Organisationen, also auch der Verfassungsschutz ist ja letztlich ein Geheimdienst, gegen die AfD geplant werden könnten, andere Unterwanderungsaktionen. Bekommen Sie das schon mit und worauf bereiten Sie sich da vor? Halten Sie es für realistisch, dass in den nächsten ein, zwei Jahren versucht wird, die AfD so klein zu halten? Naja, es findet ja schon statt. Also, wenn Sie den Geheimdienst ansprechen, dann wissen wir, dass dieser sogenannte Verfassungsschutz ist ein Herrschaftsinstrument in der Hand der Herrschenden. Dieser Verfassungsschutz schützt die Regierung vor der Opposition. Das ist ein Instrument, um die Opposition klein zu halten. Ein Konkurrenzschutz ist völlig falsch konzipiert. Anfang der 50er Jahre in der alten Bundesrepublik Deutschland auch mithilfe der CIA aufgebaut. Meine Theorie ist auch, dass dieser Verfassungsschutz als Gesinnungsaufklärungsinstrument bewusst so implementiert worden ist in das Staatsgefüge der Bundesrepublik Deutschland, um zu verhindern, dauerhaft zu verhindern, dass es in Deutschland nochmal eine Patriotische Opposition geben könnte, die deutsche Interessen formuliert. Also Deutschland sollte wahrscheinlich auch mithilfe solcher Instrumente dauerhaft im Zustand eines besetzten Landes gehalten werden. Und so wird dieser Verfassungsschutz heute auch eingesetzt. Wir werden ja bereits beobachtet, in Thüringen zumindest sind wir schon in Anführungszeichen erwiesene Rechtsextremen, obwohl wir damit überhaupt nichts am Hut haben. Aber das ist eben die Diffamierung von staatlicher Seite. Dieser Staat ist nicht mehr neutral. Sein Geheimdienst unterwandert Opposition. Er soll Opposition zersetzen. Das gibt es in keiner anderen westlichen Demokratie, ein skandalöser Zustand. Damit plagen wir uns schon seit Jahren rum. Ja, und was Götz Kubitschek analysiert, jetzt auch gerade nach der Wahl in Sonneberg, wo im Nachgang ja dann die Panik des Establishments auch nochmal spürbar war. Wir müssen mit allem rechnen, auch mit putschähnlichen Situationen. Auch darauf müssen wir uns vorbereiten. Inwiefern man sich überhaupt darauf vorbereiten kann, das weiß ich nicht. Wir, das kann ich Ihnen versichern, spielen nach den Regeln der parlamentarischen Demokratie. Wir wollen den Kampf der Ideen im Rahmen des parlamentarischen Rechtsstaates und nichts liegt uns ferner, als irgendwie auf unlautere Art und Weise, auf illegale Art und Weise den politischen Gegner zu attackieren. Selbst wenn der, wie er es im Augenblick tut, unser Land sabotiert, unserem Land die Zukunft raubt. Aber trotzdem bleiben wir gewaltfrei und auf dem parlamentarischen, zum Beispiel auf dem demokratischen Weg unterwegs. Um zur Machart der Doku zurückzukommen. Ich denke, hier ist so ein bisschen eine Hoffnung aus unserer Ecke auch erfüllt worden. Auf jeden Fall, wenn es so weitergeht in solchen Dokumentationen, dass halt aus Richtung der AfD mal, ja, im Endeffekt den öffentlich-rechtlichen und dem sonstigen Medienkonglomerat etwas Konkurrenz gemacht wird, auch in qualitativer Hinsicht. Wäre das so im Fernsehen gelaufen bei, sagen wir, Dreisatt oder so und man würde einfach nur links mit rechts vertauschen, dann wäre mir, glaube ich, nicht irgendwie aufgefallen oder ich hätte nicht gedacht, oh, die haben aber ihr Budget irgendwie begrenzt. Was man in die Mainstream-Medien vielleicht oder sogar wahrscheinlich noch gemacht hätte, wäre jemanden der Gegenseite eingeladen und den dann, sind wir ehrlich, vorgeführt. Wahrscheinlich dann durch unlautere Mittel, wie beispielsweise ein Interview zurechtschneiden, Schnipsel einfügen, Framing und so weiter und so fort. Das müssten wir, glaube ich, nicht mal machen. Insofern ist die Frage, ob es einfach nicht möglich war, eine Gegenstimme da einzuladen, weil denen wahrscheinlich auch bewusst sein wird, dass sie da nicht sonderlich gut wegkommen werden, selbst wenn man nichts irgendwie manipulativ schneidet. Ja, ich finde den Ansatz grundsätzlich gut, dass die alte Anforderung, audiato et alterer Paar, also man möge auch die Gegenseite hören, die wir seit der Römischen Republik kennen, auch zu leben und zu pflegen. Aber da bitte ich dann um Entschuldigung. Wir sind eben eine Oppositionspartei, wir haben auch nur begrenzte finanzielle Mittel und wir müssen gucken, dass wir dann auch unsere Botschaften, unsere Sichtweise, die ja völlig marginalisiert wird von den etablierten Medien, dann untersorgt zu kriegen und auch klar und pointiert deutlich zu machen. Aber selbstverständlich gehört es immer dazu, auch eine Gegenposition abzubilden. Das ist eine Selbstverständlichkeit für Medien, die versuchen, möglichst ihr journalistisches Ethos auch zu leben, wie wohl das den etablierten Medien immer weniger gelingt. Aber als Oppositionspartei oder Fraktion haben wir ja dieses journalistische Ethos nicht zu exekutieren und zu erfüllen, sondern wir dürfen und müssen unsere Botschaften transportieren. Und dann darf das auch mal sein, ohne die Gegenmeinung zu hören, ja. Ich denke übrigens, der größte Marke an der Doku, die durchaus massentauglich ist in meinen Augen, ist noch der Stempel AfD drauf halt. Andere Parteien würden halt solche Sachen mitfinanzieren, wie zum Beispiel die SPD bei RND und vielen anderen Zeitungen und Outlets, die sie finanzieren und so. Die AfD hat so eine Struktur nicht und natürlich würde auch mit Händen und Füßen sich dagegen gewehrt, wenn so etwas aufgebaut würde. Unter anderem deswegen wird ja die Stiftung der AfD momentan blockiert. Insofern ist meine Frage, haben Sie die Hoffnung, dass ein solches Mediennetzwerk eine solche nicht direkt im öffentlichen Bewusstsein mit der AfD verknüpfte Medienlandschaft, eigene Medienlandschaft aufzubauen ist? Ja, das ist eine absolute Notwendigkeit. Nochmal, die Produkte, die wir aus Fraktionsmitteln erstellen, die müssen dann auch kenntlich gemacht werden als Arbeit der Fraktion. Da haben wir auch wirklich ziemlich rigide Rechnungshof-Vorgaben und an die wollen wir uns auch halten. Umso wichtiger ist es tatsächlich ein Vorfeld zu haben, das nicht Parteis und das genau diese Öffnung ermöglichen kann und das vor allen Dingen auch Kontaktflächen zu Menschen schafft, die nicht parteiaffin sind bzw. noch Skepsis haben, was die AfD angeht, um diese Menschen trotzdem von den vernünftigen Positionen, unser gemeinsamen Bewegen, in Anführungszeichen, auch zu überzeugen und sie damit in Kontakt zu bringen. Insofern ist es absolut wichtig und die AfD, denke ich, kann da noch viel mehr tun. So ein paar zaghafte Versuche gibt es bereits, auch die alternativen Medien zu unterstützen. Wir versuchen in Thüringen da auch das, was uns mit unseren begrenzten Möglichkeiten möglich ist. Ich halte es vor allen Dingen wichtig, dass die alternativen Medien privilegierte Informationen kriegen. Also ich mache mich sehr, sehr rar, was etablierte Medien angeht, was die alten Medien angeht. Die kriegen von mir nur sehr, sehr seltene Interviews. Das hat weniger was damit zu tun, dass diese Interviews immer verhörengleich kommen, sondern vor allen Dingen damit, dass ich meine Position, mein Denken, meine Botschaften am liebsten dann auch wirklich den Medien aus unserem Vorfeld zur Verfügung stelle, damit die auch ein Pro haben und damit auch Zuschauer ansprechen können, die dann, wenn sie zum Beispiel was über die AfD oder mich suchen, bei den Etablierten, bei den Altmedien nicht fündig werden und dann ganz bewusst zu den alternativen Medien gehen. Ja, eigentlich ist das eine perfekte Überleitung zu einer Frage, die ich zum Stolzmonat hätte, worüber wir ja auch heute sprechen wollten. Dieser Schulterschuss halt mit dem eigenen Vorfeld, den habe ich, glaube ich, noch nie in dieser Größe gesehen, wie jetzt im vergangenen Monat, im gerade zu Ende gegangenen Stolzmonat. Ja, früher war für mich da häufiger so eine größere Vorsicht vor zum Beispiel alternativen Medienakteuren, Rechts-Twitter und so weiter und so fort, was es da noch alles gibt, präsent bei der AfD, was sicherlich auch eine Berechtigung hat. Bei Leuten, die du nicht kennst im Internet, wer weiß, was die dann, keine Ahnung, am Tag drauf treiben oder vor drei Jahren getrieben haben, was einem dann noch auf die Füße fallen kann. Beim Stolzmonat hat die AfD sich jetzt aber ziemlich spontan mit ganzer Breite quasi einer Rechts-Twitter-Aktion angeschlossen, die da graswurzelmäßig entstanden ist. Insofern wäre meine Frage, was war anders beim Stolzmonat? Also erstmal war das eine fantastische Sache. Also es war, wie Sie richtig das beschreiben, eine Graswurzelbewegung. Es war eben kein Projekt einer Partei und man hat diese Aktion auch angemerkt, dass sie kraftvoll, dass sie kreativ, dass sie inspiriert war, dass sie weniger strategisch geplant war. Das wäre dann eher etwas für die Partei oder etwas, was aus der Partei heraus entsteht, sondern dass das eine typische Aktion im guten Sinne des Vorfeldes war, die zur rechten Zeit kommt oder kam. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende gewesen. Ja, wenn das Gemisch das Richtige ist, dann reicht schon ein kleiner Funken und das Ganze fliegt in die Luft beziehungsweise kann sich produktiv fortpflanzen. Und so war es beim Stolzmonat. Hier hat einfach alles gestimmt. Hier hat alles zusammengepasst wie die Faust aufs Auge. Und ja, die AfD ist dann relativ schnell auch draufgesprungen mit ihren führenden Protagonisten. Das war auch völlig die richtige Entscheidung. Manchmal muss man auch spontan sein, muss man auch was wagen. Aber wie gesagt, die Zeiten sind so schnell und die Lage für dieses Land ist so ernst, dass man auch Mut haben muss. Und wir als Thüringer haben ja immer diesen Mut schon bewiesen für die Gesamtpartei. Manchmal sind wir dafür auch angegriffen worden, angefeindet worden. Aber für uns war das wirklich ein Herzensanliegen, uns hier dann zu engagieren und mit Ihnen zusammen. Also danke nochmal für diesen unglaublichen Einsatz und allen, die an diesem Stolzmonat mitgewirkt haben, hier diesen Punkt zu machen und den Pride-Month ins Abseits zu stellen. Ich glaube, eine der prägnantesten Sachen und was den Stolzmonat von vielem anderen unterschieden hat, ist, dass eine der größten Schwächen von unserem Lager eben nicht zugegen war, dass Konservative sonst nämlich quasi immer nur reagieren. Womit ich nicht meine, also klar, der Stolzmonat ist eine Reaktion, wenn man so will, auf den Pride-Monat. Aber wir reagieren hier mit einem eigenen Akzent, den wir reinbringen, während ansonsten dieses Reagieren eher einem Hinterherhicheln halt gleicht. Im Sinne von Linke machen X und wir machen dann zehn Gründe, aus denen X schlecht ist. Dann machen morgen Linke Y und wir machen dasselbe halt mit Y. Ist der Stolzmonat auch ein Zeichen, dass wir langsam aus diesem Trott rauskommen und ja, auch eigene Akzente setzen können? Ja, ich hoffe, dass noch viele ähnliche Aktionen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten aufschlagen. Also ich bin jetzt nicht mehr in dem Alter, dass ich ständig in den sozialen Netzwerken unterwegs bin und ich habe zwar auch natürlich Kontakte zum Vorfeld und tausche mich mit verschiedenen Protagonisten des Vorfeldes aus, muss aber natürlich erkennen, dass die Partei als Organisation träger ist als das Vorfeld und mir persönlich auch dieser Esprit, diese Innovationsfähigkeit, diese Spontanität so ein bisschen abgeht. Ich bin ein Mensch, der strategisch denken kann, der analysieren kann, historisch-politisch analysieren kann, aber dieses kreative Moment, diese Schlagfertigkeit, vielleicht auch das Setzen von Impulsen, Stichwort Abteilung Kreativität, das ist jetzt persönlich nicht unbedingt meine Stärke und ich sehe die Stärke vor allen Dingen im Vorfeld bei Ihnen unter anderem und ich hoffe, dass es noch viele Gelegenheiten gibt, reinzugrätschen im positiven Sinne, also produktiv reinzugrätschen, sich nicht nur auf eine Bewegung draufzusetzen, sondern ja, diese Bewegung zu kapern beziehungsweise umzulabeln, wie man neudeutsch sagt, zu transformieren und ich glaube, die Zeiten dafür sind sehr, sehr günstig. Also gerade jetzt, wie das Ende dieses Stolzmonats verlaufen ist, also der Coup nochmal die Sendung mit der Maus zu kapern, indirekt, das ist doch einfach großartig gelaufen. Ja, also was da für eine Kreativität war im Umgang mit diesen Figuren, also Maus und Elefant und was da alles dann an Gegenpositionen gesetzt wurde und fantastisch. Also ich bin begeistert und man schlägt so ein bisschen die Kreativabteilung des Establishments mit den eigenen Waffen und das ist genau das, was wir brauchen, was wir auch als Opposition brauchen. Ich bin zwar selbst auch sehr stark von konservativen Denken geprägt und lebe wahrscheinlich auch eher konservativ, also eher bewahrend, aber das ist schon ein explorativer Konservatismus und ich finde es faszinierend, wenn junge Leute, wenn die junge Generation kreativ ist und was ausprobiert und nach vorne stürmt und das möchte ich unterstützen. Wunderbar. Ich hätte noch eine Frage zum Stolzmonat und zwar im Endeffekt, wie hoch sind Ihre Hoffnungen da? Wir haben ja gesehen, dass Sie Ihre Flagge eigentlich gar nicht mehr haben wollen. Was heißt Ihre Flagge? Unsere Flagge. Die deutsche Flagge gar nicht mehr haben wollen, wenn wir über den Mainstream sprechen. Als ein Beispiel mal die Amadeo-Antonio-Stiftung, staatlich finanziert. Im Stiftungsrat ist da zum Beispiel der gute Herr Stefan Kramer, Ihr bester Freund, wenn man so will. Also mit dem haben Sie ja auch gerade aneinander geraten gehabt. Ja, die haben bei dem Stolzmonat davon gesprochen, dass die deutsche Fahne, also schwarz-rot-gold, für rassistische Morde, antisemitische Pogrome und menschenfeindliche Grenzpolitik stünden. Also im Endeffekt setzen Sie es gleich mit der Flagge vom Dritten Reich. Denken Sie, wenn diese Radikalisierung auch auf der anderen Seite weitergeht und es kommen noch mehr Stolzmonate obendrauf, könnten wir es hinkriegen, damit die Flagge als exklusives Symbol von Gegnern des Mainstreams zu kapern? Ja, die Einschätzung, die die Vertreter des Establishments im Zusammenhang mit der Fahne schwarz-rot-gold vorbringen, die Zeugen ja von völliger Geschichtsvergessenheit und Geschichtsunkenntnis. Es ist wirklich erschreckend. Das Bildungsniveau der Funktionärskaste dieser Republik ist völlig erodiert. Manchmal könnte man verzweifeln. Das macht mich fast sprachlos, muss ich sagen. Also das wusste ich jetzt tatsächlich nicht, dass das so eingeordnet worden ist. Also das zentrale Symbol unserer Nation so kontextualisiert worden ist. Und dann haben wir allen noch eins draufzusetzen. Amadeo Antonio Stiftung schreibt, er verkauft damit, also gemeint sind halt die Leute, die in Stolzmonat feiern, Nationalstolz, der in Deutschland Grundlage für rassistische Morde, antisemitische Pogrome, menschenfeindliche Grenzpolitik etc. ist. Das ist das konkrete Zitat von der Amadeo Antonio Stiftung. Genau. Und der Verpassungsschutzchef in Anführungszeichen Thüring, Stefan Kramer, sitzt mit im Kuratorium meines Witzes der Amadeo Antonio Stiftung. Korrekt. Also deswegen kann man ihn auch zu Recht Linksextremisten nennen, was ich immer ganz gerne mit Genuss tue, weil diese ganzen Extremismusbegriffe natürlich nicht wirklich definiert sind und vor allen Dingen als politische Kampfbegriffe missbraucht werden. Aber klar ist doch auch, Nationalstolz ist das Selbstverständlichste von der Welt. Also seitdem sich das Prinzip der Volkssouveränität durchgesetzt hat mit Ausgang der französischen Revolution, seitdem die Nation als Rahmen und als Gefäß des Prinzips der Volkssouveränität entstanden ist und heute noch ist sie wichtig, gerade als Raum, in dem Solidarität gelebt werden kann, in dem es überhaupt die Möglichkeit gibt, Sozialstaatlichkeit zu entwickeln. Weil dieser Patriotismus, dieser Nationalstolz ist das Fundament, auf dem jede freie Bürgergesellschaft steht. Ohne diesen Nationalstolz, ohne eine kollektive Identität, die natürlich Grenzen haben muss. Und Nationalstolz bedeutet ja nicht, dass man andere Nationen abwertet. Wir postulieren ja einen vitalen, einen fröhlichen, in Anführungszeichen bescheidenen Nationalismus oder Patriotismus, der selbstverständlich auf die großen Geister und die fruchtbaren Entwicklungen hinweist, die aus unserem Volk kommen und aus unserer Nation stammen, aber die andere deswegen ja nicht abwertet. Und wir dürfen zu Recht stolz sein auf diese Nationen. Also ohne Stolz, Nationalstolz, keine Bürgergesellschaft, keine Freiheit und keine Solidarität. Ich glaube, bevor wir jetzt zu Kaspers Fragen kommen, der vielleicht noch ein, zwei Zuschauerfragen aufgegriffen hat, würde ich gerne einfach nur noch einen Appell machen, wenn wir sie schon mal hier haben. Also man hört aus den Reihen der AfD, ich glaube, ich habe das mal aus dem Kreis um Frau Weidel gehört, dass man geplant hat, ein Medienzentrum aufzubauen für alternative Medien. Und ich kenne es leider. Also es ist immer viel Planung, es ist viel Wollen da, aber es wird am Ende leider sehr wenig gemacht. Und das trifft nicht nur die AfD. Ich denke, keine Partei ist wirklich gut und geschlossen und mit Dichte in den sozialen Medien aufgestellt. Es ähnelt sehr analogen Werbekampagnen häufig, die dann in das digitale Zeitalter übertragen werden und nicht das volle Potenzial ausnutzen. Das ist jetzt keine Frage, aber ich würde Sie bitten, das weiter in die Partei zu tragen, dass tatsächlich Dinge gemacht werden. Also zum Beispiel die AfD Wuppertal, die hat jetzt einen Mann abgestellt, der innerhalb von sehr kurzer Zeit mehrere tausend Leute auf Twitter als Follower-Schaft bekommen hat. Er hat ein persönliches Talent zu, er schafft es, die Parteilinie der Jugend nahe zu bringen, den Leuten nahe zu bringen, die dort auf Twitter sind. Und davon muss mehr kommen, also muss mehr Organisiertes kommen. Es hilft einfach nicht, ständig zu sagen, es wird geplant und dann wird nichts gemacht. Oder es wird schlecht organisiert oder irgendwelche Landesverbände sind sich nicht einig. Oder es können keine Mittel von Parlamentariern freigemacht werden. Also all diese Ausreden, die ja von mir aus auch eine Grundlage haben, aber die sind eigentlich das, was uns so häufig am meisten frustriert. Da würde ich den Appell hingeben, das muss sich am ehesten ändern. Da sagt der Politiker jetzt, ich nehme es mit, um es dann zu vergessen. Ich kenne, ich versuche das nicht zu vergessen. Also ich habe mich da auch in den letzten Jahren immer wieder mit beschäftigt und ich kenne auch die Bemühungen. Es ist so, dass die Kraft natürlich vor allen Dingen auf der Bundesebene ist, was solche Projekte angeht, solche komplexen Projekte. Die Länder können das ein oder andere anstoßen und können sicherlich auch etwas machen. Aber es gab da schon den einen oder anderen Ansatz, der aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, leider im Sande verlaufen ist. Manchmal ist es so, es waren auch schwierige Phasen dabei für die Partei, wo es dann die Konzentration auf andere Dinge geben musste auch, um die Partei auf Kurs zu halten und die Partei zu konsolidieren. Und die sozialen Netzwerke und die alternativen Medien, die fielen dann temporär hinten runter. Dafür möchte ich mich auch ganz gerne entschuldigen. Wir versuchen in Thüringen tatsächlich einen anderen Weg zu gehen und versuchen Stück für Stück uns da auch zu professionalisieren. Wichtig ist mir allerdings auch, das möchte ich an der Stelle noch betonen, dass das klar ist, dass das Vorfeld niemals Partei werden darf. Partei ist für mich ja auch eine gewisse Notwendigkeit. Also ich bin kein leidenschaftlicher Parteisoldat. Ich bin ja nun dadurch, dass ich Politiker geworden bin, notgedrungen in Parteistrukturen unterwegs. Aber ich kenne auch die Defizite von Parteien. Und Parteien tendieren immer dazu, mit den Jahren auch Organisationen aufzubauen, Strukturen aufzubauen, die irgendwann auch erstarren und die dann irgendwie auch so einen leichten Bürokratisierungshang entwickeln. Und ich glaube, dass es eminent wichtig ist, dass das Vorfeld, gerade das medial schaffende Vorfeld, dass das unabhängig bleibt. Einerseits gestützt von der Partei und vielleicht auch bald hoffentlich von der Stiftung etc. pp. Und natürlich auch teilfinanziert, um sich auch dann mit diesen wichtigen alternativen Medienfragen beschäftigen zu können. Aber trotzdem in einer nur lockeren Verbundenheit mit Partei und mit Fraktionen, weil sonst die Kreativität, die Inspirationskraft auch versiegen könnte. Das ist meine Sorge. Deswegen ja, also wir müssen da systematischer arbeiten. Es muss, wie man so schön sagt, finanziell auch besser untersetzt werden, was das Vorfeld tut, damit es frei arbeiten kann. Aber es muss auch eine gesunde Distanz, auch eine kritische Distanz zu Partei behalten. Das ist auch wichtig, um dem Ganzen zu nützen. Und Partei ist, das möchte ich abschließend betonen, eben nur ein Mosaikstein im großen Mosaik. Dieses Mosaik hat viele andere Mosaiksteine. Sie sind ein Mosaikstein. Unabhängige Zeitungen sind Mosaiksteine und so weiter und so weiter. Bildungseinrichtungen. Wir müssen erkennen, dass wir nur zusammen etwas erreichen können, dieses Land nochmal ins richtige Gleis oder aufs richtige Gleis bekommen. Und das bedeutet Kooperation. Aber trotzdem auch die Einsicht, dass wir unser Mosaikstein nur dann optimal bearbeiten und entwickeln können, wenn wir nicht versuchen, die anderen Mosaiksteine so werden zu lassen, wie wir selbst. Dann ist meine Runde gekommen, Jungs. Jo. Ja, ich kann mich da nur alles klar. Das war hier Zuschauerfragen. Genau, also ich würde direkt mit einer Frage kommen, die mit dem bisher behandelten Thema gar nichts zu tun hat. Aber mir irgendwie im Verlauf des Gesprächs hier gekommen ist und ich weiß nicht, ob es da von Ihnen jemals ein öffentliches Statement zu gab. Ist Julian Assange ein Verbrecher oder ein Held? Also alles das, was ich über ihn weiß, weiß für mich, wenn ich jetzt schwarz-weiß zeichnen soll, also mich entscheiden müsste, ja oder nein oder richtig oder falsch, dann möchte ich sagen, dass er für mich eher ein Held ist. Und es war der Brasilianer Präsident Lula, der ja vor kurzem in Großbritannien darauf hingewiesen hat, was das eigentlich für einen Skandal bedeutet, dass ein Mann, der für die Meinungsfreiheit eingetreten ist und gekämpft hat, im angeblich freien Westen eventuell bis zu seinem Lebensende im Gefängnis schmort und dort stirbt. Es ist ein unerträglicher Zustand für die angeblich freie westliche Welt und das muss korrigiert werden. Alles klar, dann eine Frage, also ich mache jetzt mal kurz was ganz Lockeres, Herr Höcke, sehen Sie es mir nach, die kam ein paar Mal, die Frage von verschiedensten Leuten, was ist Ihr Leibgericht? Kartoffeln mit Quark, könnte ich jeden Tag essen. Da habe ich meine Frau erstmal richtig kennen und schätzen gelernt. Meine Frau kommt aus Cottbus und da gibt es ja wunderbares Leinöl, das kommt aus dem Spreewald und ich liebe wirklich Pellkartoffeln, Quark, ein bisschen Zwiebel reingehende, ein bisschen Knoblauch und dann ordentlich Leinöl drüber. Da könnte ich mich reinlegen und das könnte ich jeden Tag essen. Eine sehr deutsche Antwort. Dann habe ich von Dynamic die Frage, Frage an Herrn Höcke, die für potenzielle AfD-Wähler relevant sein könnte. Wie differenzieren Sie zwischen sozialer Politik und Sozialismus? Wo ziehen Sie die Grenze? Ja, mir wird vom politischen Gegner leider auch von gewissen Medien innerhalb des eigenen Spektrums ja immer vorgeworfen, dass ich Sozialist wäre. Das bin ich mitnichten. Wir haben in Thüringen ja das Konzept des solidarischen Patriotismus mitentwickelt für die Partei und ich halte das für ein maßgebliches, inhaltliches Ziel, beziehungsweise eine wichtige Botschaft auch für die erfolgreiche Strategie unserer Partei, weil die großen Herausforderungen der Zukunft sind mit der sozialen Frage verbunden und Solidarität braucht eben Grenzen. Und Solidargemeinschaft bedeutet auch den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnen zu können, auch den Attacken des Globalismus begegnen zu können. Von daher sage ich ja zur Solidarität, aber im alten preußischen Sinne. Oswald Spengler hat dieses berühmte Buch vom preußischen Sozialismus geschrieben und preußischer Sozialismus hat ja auch nichts mit Sozialismus im Sinne von Marx oder Engels zu tun, sondern das ist eigentlich nichts anderes als eine solidarische Leistungsgesellschaft. Also jeder Mensch hat die Verpflichtung, sich zu entwickeln, seine Anlagen zu entwickeln, auch zum Nutzen der Gemeinschaft, nicht nur zum Selbstnutzen. Wenn er nicht mehr kann, wenn er durch das Schicksal geschlagen ist, dann muss er sich allerdings darauf verlassen dürfen, dass er aufgefangen wird. Das ist solidarischer Patriotismus beziehungsweise solidarische Leistungsgesellschaft. Ihre Meinung, also Sie können frei assoziieren Ihre Meinung zu Frankreich und dem, was da gerade so abgeht. Die werden wir später in der Sendung sowieso noch behandeln, aber ich weiß nicht, Ihre Gedanken zu dem, was Sie da bezeugen? Ein abendfüllendes Thema. Ein Scheiter mit Ansage. Also ich sitze gerade in meinem Arbeitszimmer, in meinem Heimatort und in meinem Rücken und an meiner Seite sind relativ viele Regale mit relativ vielen Büchern, die ich auch alle gelesen habe. Und hinter mir steht das Buch Vorsicht Bürgerkrieg von Udo Ulfkotte. Und wenn ich mich recht erinnere, hat Udo Ulfkotte das 2009 geschrieben. 2009. Die Entwicklung der Multikulturalisierung Deutschlands und Europas ist ja letztlich schon seit den 60er, 70er Jahren im Gange und damals auch schon von bekannten Politikern, als man das noch offen aussprechen durfte, als Riesenproblem für die Zukunft markiert worden. Seit Beginn der 2000er Jahre ist das Thema dann durch die offenkundige Multikulturalisierung, gerade der großen Städte, wieder ins öffentliche Bewusstsein gekommen, nachdem man einige Jahrzehnte nicht darüber geredet hat. Und Udo Ulfkotte war einer der ersten, der Alarm geschlagen hat. Also ja, unsere Gesellschaften, die europäischen Gesellschaften werden systematisch fragmentiert, politisch gewollt fragmentiert. Das ist kein Naturereignis, das ist auch nicht mit Globalisierung, mit Zusammenwachsend der Welt zu erklären. Denn 300, 400 Kilometer östlich von Bornhagen, wo ich mich gerade aufhalte, da fließt die Oder und östlich der Oder, da ist die Republik Polen mit ihrem Gebiet und dort hört auf einmal die Multikulturalisierungspolitik auf. Und die haben diese Probleme nicht. In Ungarn dasselbe. Das heißt, das ist politisch gewollt oder beziehungsweise das ist das Ergebnis von politischem Scheitern über Jahrzehnte. Und deswegen brauchen wir ganz, ganz schnell, wenn überhaupt nur was zu retten sein soll, eine 180-Grad-Wende in der Einwanderungspolitik. Wir brauchen eine Abschiebeoffensive, die dann eine große Remigrationsoffensive einleitet. Wir müssen gucken, dass wir wieder mehr relative Homogenität in Deutschland erzielen. Sonst geht unsere Demokratie, unser Rechtsstaat den Bach runter. Ich würde, wenn das okay ist, dann doch noch eine Frage stellen, einfach weil es die Möglichkeit gibt, hier mit einem schönen Ton zu enden. Ja, wenn ich darf, Herr Höcke. Ja, sehr gerne. Der Demos Kratos fragt, Herr Höcke, 2015 haben viele Menschen in Deutschland ihre Hoffnungen verloren. In ein bis zwei Sätzen, also nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie wollen, warum sollten Sie die Hoffnung nie aufgeben? Es ist menschlich, dass man zeitweise auch die Hoffnung verliert. Gerade als politisch tiefenbewusster Mensch, als philosophisch tiefenbewusster Mensch, hat man kein Kontinuum, sondern man hat Stimmung und man hat positive und negative Verstärkung durch das Tun im Alltag. Aber gerade wenn man in die Geschichte blickt, dann weiß man, dass es auch immer wieder ungewöhnliche und manchmal auch unvorhoffte Umschlagsituationen gibt. Wir haben vor kurzem den 70. Jahrestages des Volksaufstandes in der DDR gefeiert, beziehungsweise ihm gedacht, dieser Volksaufstand war keine Farbrevolution. Er war tatsächlich natürlich aus der Not geboren, entwickelte er sich aus einem Streik gegen Normerhöhung dann zu einem Volksaufstand, an dessen Ende auch die Forderung der Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland stand. Und das war eine urtümliche Volksrevolution im besten demokratischen Sinne. Und es gab in der Geschichte immer wieder Umschlagsituationen. Die 89er-Revolution hat eine andere Vorgeschichte, kann ich jetzt an der Stelle nicht weiter ausführen. Aber es gab immer wieder Umschlagsituationen. Und ich bin trotz allem, auch wenn ich manchmal selbst durch Niederungen gehe, emotional, bin der festen Überzeugung, dass wir vor großen, großen Veränderungen stehen. Es ist eine Schleusenzeit, in der wir leben. Es gibt dieses schöne Bild der Sanduhr. Ganz, ganz lange passiert erst mal gar nichts, wenn der Sand von oben nach unten läuft. Das ist das, was wir in den letzten zehn Jahren vielleicht auch als AfD-Funktionäre und AfD-Mitstreiter erlebt haben. Wir haben tausende von Faltblättern und Flugblättern verteilt in die Briefkästen. Ich habe hunderte von Reden gehalten. Ich habe hunderte Bürgerdialoge besucht und gestaltet und habe versucht, die Botschaften alternativer Politik in die Köpfe meiner Mitmenschen zu kriegen. Und es hat sich rein gar nichts getan oder zu wenig getan. Aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass diese Sanduhr doch langsam in Bewegung kommt. Und am Ende ist es so, dass dann dieser Sand in einem Rutsch durchrutscht. Und dann hat man die politische Veränderung. Und ich glaube, wir stehen so oder so vor politischen Veränderungen historischen Ausmaßes. Ob das äußere Entwicklungen sind, die Deutschland in den Zangengriff nehmen und uns zur Veränderung zwingen, oder ob das deutsche Volk selbst noch mal gesundet und mit einem neuen, erstarkten Selbstbewusstsein zum Subjekt der Politik wird. Das weiß ich heute auch nicht. Aber ich weiß, dass wir in unserer Lebensspanne, ich bin jetzt 51 Jahre alt, die meisten von Ihnen, die hier zuhören, sind jünger, viel, viel noch erleben werden. Und ich hoffe, dass wir diese politische Entwicklung gemeinsam gestalten können für eine deutsche Zukunft in Europa, für eine europäische Zukunft in der Welt. Denn unser Volk und die europäische Kultur haben es verdient, weiterzuleben. Tja, das sind wirklich, wirklich schöne Schlussworte. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen hier die Sendung zu machen. Und ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann noch mal wieder. Nach der Kanzlerschaft erwarten wir ein nächstes Interview. Jetzt kommt erst mal die Landtagswahl in Thüringen und dann gucken wir mal weiter. Aber ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen noch viel, viel Erfolg. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Vielen Dank, Herr Höcke. Dankeschön. Vielen Dank.